Deine Suche nach der perfekten Geldzählmaschine endet hier. Finde heraus, welches Modell dein Leben verbessern wird. Wir haben die drei hochwertigsten Geräte in jeder Preisklasse gefunden und gemeinsam mit dir finden wir das passende Produkt für deine Bedürfnisse. Wenn du weitere Infos brauchst, check einfach unsere Videobeschreibung. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um den perfekten Überblick über das Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Als erstes und günstigstes Modell haben wir die Moonbühn Geldzählmaschine. Kennst du das? Du musst Scheine in bestimmte Bündel packen und es geht einfach nicht schnell genug? Mit dem Additions- und Bündelmodus kannst du spezifische Bündelwerte einstellen und die Maschine stoppt automatisch, wenn die gewünschte Anzahl erreicht ist. Nie wieder Stress beim Bündeln von Scheinen. Sicherheit ist in jedem Geschäft von höchster Priorität. Die Moonbühn verwendet modernste Erkennungstechnologien. Diese erkennen Falschgeld durch Magnetismus, Infrarot, Ultraviolett, Dimensionsprüfung, Dickenprüfung, Sicherheitslinien, Variable Tinten und Fluoreszenz. Damit bist du immer auf der sicheren Seite und brauchst dir keine Sorgen mehr um Falschgeld machen. Zeit ist Geld. Und das weißt du besser als jede andere. Mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 1100 Scheinen pro Minute sparst du wertvolle Zeit, die du in dein Geschäft investieren kannst. Selbst alte und zerknitterte Scheine sind kein Problem. Das verbesserte Rollensystem der Moonbühn meistert diese Herausforderung spielend. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du die Geldzählmaschine auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir die Bispro Technology Geldzählmaschine. Dieses Gerät zählt nicht nur Euro, sondern auch US-Dollar, englische Pfund, türkische Lira, indische Rupie und viele weitere Währungen. Egal woher dein Bargeld kommt, du bist bestens gerüstet. Mit einer Zählgeschwindigkeit von 1000 Stück pro Minute ist dein Bargeld im Handumdrehen gezählt. Kein langes Warten mehr. Du hast sofort einen Überblick über deine Finanzen. Falschgelderkennung. Sicherheit steht an erster Stelle. Dank der fortschrittlichen Technologie erkennt die Maschine Falschgeld sofort und zuverlässig. Du kannst dich darauf verlassen, dass dein gezähltes Geld echt ist. Die Füllkapazität des Eingabefachs beträgt 300 Stück und die Ablagekapazität des Auswurffachs liegt bei 200 Stück. Das bedeutet, du kannst große Mengen an Banknoten problemlos verarbeiten, ohne ständig nachlegen zu müssen. Die Software der Maschine kann über einen USB-Eingang aktualisiert werden. So bleibt dein Gerät immer auf dem neuesten Stand und du profitierst von verbesserten Funktionen und erhöhter Sicherheit. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die SafeScan Geldzählmaschine, vorstellen. Der SafeScan bietet vollständige Sicherheit. In Sekunden scannt er deine Banknoten auf bis zu sieben Sicherheitsmerkmale, einschließlich Ultravioletter, Infrarot, magnetischer Tinte, Metallfaden, Bild, Größe und Stärke. Wenn der SafeScan eine Banknote mit einem falschen oder fehlenden Merkmal entdeckt, stoppt er automatisch und zeigt eine detaillierte Fehlermeldung an, sodass du die verdächtige Banknote überprüfen, entfernen und fortfahren kannst. Das gibt dir die Sicherheit, die du im täglichen Umgang mit Bargeld brauchst. Spar wertvolle Zeit mit den praktischen Zählfunktionen. Wähle die Additionsfunktion, um die Zählungen über mehrere Läufe hinweg automatisch zu addieren oder erstelle mit der Stapelfunktion Banknotenstapel. Du kannst ganz einfach zwischen den Funktionen navigieren oder deine bevorzugten Einstellungen im benutzerfreundlichen und mehrsprachigen Schnellmenü speichern. Und das mit nur wenigen Klicks auf dem hochauflösenden Farbtouch-Display. So einfach. Das bedeutet mehr Zeit für dich, um dich auf die wichtigen Dinge in deinem Geschäft zu konzentrieren. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deiner neuen Geldzählmaschine.